Willkommen zurück hier bei Fallouter Tales of Two Wastelands, die Fallout New Vegas Mod, die Fallout 3 mit Fallout New Vegas verbindet. Ja, wir waren jetzt gerade bei, man sieht ihn doch so knapp verschwommen im Hintergrund, denn 3Dog von Galaxy Newsradio, wir haben mit ihm geredet. Wir wissen jetzt in welche Richtung unser Daddy ist, aber wir wollten nicht herzlos sein, also haben wir ihm unsere Hilfe angeboten, falls er irgendeine Angelegenheit zu erledigen hat. So, aber zuerst muss ich mir mal hier aufskillen, denn ich bin am Level aufgestiegen. So, was machen wir? Die Sprache hauen wir direkt mal auf 60 hoch. Und dann als nächstes brauchen wir... Dietrich 50 ist schon ganz okay. Was können wir überleben? Wir brauchen überleben, dann können wir extra Sachen basteln. Und da wir ja auf Hardcore spielen, würde ich mal meinen, das lohnt sich sicherlich. So, und was hat der so rumstehen? Ich muss mal meinen kleptomanischen Zügen wieder nachgehen. Ich finde es witzig, dass diese Pflanze hier, dass es die auch außerhalb gibt und sein größer. Sieht aus wie so... Das ist ja witzig. So, da drin hat er nix. Schlafen könnte ich hier. Schlafen könnte ich sogar hier. Hm, Koffer. Schmutziges Vorkriegs-Spaziergänger-Outfit brauche ich jetzt tatsächlich mal nicht. Mal ausnahmsweise Kabinett. Oh, Haarklammer brauche ich immer. Hat mich nicht entdeckt. Gut. Na, Free Dog, alles klar, altes Haus. Brauche ich nicht. Oh. Da ist der Hilfe-Kit. Schmutziges Wasser. Stimpack, Rebound und Blutpaket. Und was ist das? Ne Harmonika. Wäre doch cool, wenn man sie spielen könnte. Das wäre echt geil. Das fehlt mir ein bisschen im Fallout. Wäre echt schade. Wäre echt cool, sowas. Es ist echt schade, dass es das nicht gibt. Altmetall, das werden wir alles noch später brauchen. Sieht er mich? Nein. Gut. Aufbereitetes Wasser. Blutpaket. Ruhige Hand. Und so passt die im Pack. Gab es für... Oder gab es die schon? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es die schon gab. Ich glaube, die gab es noch nicht im Fallout 3. Und was haben wir hier? Schönes Informatik-In-Team. Nehmen wir doch auch gleich mit. Ich weiß aber nicht, ob das sogar ein Fertigungsbuch ist. Und wenn das so ist... Ne. Ist keins. Ist nur ein Magazin. Das heißt, wir werden nicht aufgewertet. So. Okay. Dann wird es halt hier raus zu gehen. Und ich glaube, wir können hier hinten durchgehen. Aber... Ach komm. Blup. Ah. Und dann sind wir schon hier unten. Und da geht es... Raus irgendwie. Ah. Über den Haupteingang. Aber es gibt noch einen... Hintereingang. Dachte ich. Ah. Hier. Das wäre dann wohl hier. Und da geht es raus. Und dann kommen wir wieder irgendwo in der Stadt von DC... Raus. Bei der Stadt von DC kommen wir irgendwo raus. Und ich weiß nicht wo. Ah. Dupont-Circle. Circle de Dupont. Okay. Ghoule. Ghoule. Und nochmal Ghoule. 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 Aber ich will legen die da nicht runter. Wir könnten auch zu River City. Das wäre da unten. Völligst am Arsch der Welt. Wenn ich jetzt... Äh. Galaxy News Radio. Find the Museum of Technology. Wo muss ich durch? Wo fährt er mich durch? Also ich muss... Auf die Dupont Station. Zur Dupont Station. Und dann weiter. Und ich glaube ja. Das machen wir gleich in dieser Reihenfolge. Weil normalerweise... Wenn man wirklich der Hauptstory folgen würde... Ey. Sensor Modul. Wenn man der Hauptstory folgen würde... Müsste ich eigentlich hier lang. Und wir gehen so mehr oder weniger mal der Hauptstory entlang. Und klar. Wir machen auch die Nebenmissionen. Und... Aber ich will das trotzdem etwas... Nachgehen. So. Ghoule. Jede Menge Ghoule. Ich... Viel zu wenig genau. Ich kann das nicht tun von hier aus. Jetzt muss ich einfach schauen, dass ich unentdeckt bleibe. Was ich glaube nicht so eine einfache Sache ist. Naja. Da wird auch schon genug für dran glauben. Und da muss ich irgendwie da hin. Ah. Da. Washington Memorial. Komm. Schöner Schuss. Direkt in den Kopf. Nice. Hat... Hat wohl nicht gereicht. Das ist echt schade. Schreck deine Kumpels bitte nicht auf. So. Hat er auch nicht. Das ist gut so. Mal sehen. Ah. Hier gibt es noch eine Station. Wo führt denn die hin? Ah. Komm schon. Ich gucke mich noch schnell hier um. Man kann ja nicht wissen, was man findet. Where will you be when the Holocaust comes? Sie will def... Sie will... Wuh, 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 wuh. Mein Englisch ist sehr gut. Muss ich sagen. Perfektes Englisch. Hm. Sie will def... Keep out. Also rein hier. Metro Junction. Hier kommen wir wohl. Doch, wir kommen weiter. Ach komm, wir gehen jetzt einfach mal hier durch. Mich nimmt es gerade Wunder. Wo wir hinkommen. Wo uns dieses Tunnel... Oder dieses Gebilde hier hinführt. Also. Ich werde mal beim Schleichen bleiben. Ich habe zwar noch keine Kreaturen entdeckt. Und wir sind schon bei der Bahn. Die Richtung wissen wir. Ich schaue mal hier entlang. Gibt es da was? Nö. Nix. Da gibt es nix. Oh, da hinten. Ah. Ein Ghoul. Und den letzten Schuss gebe ich noch mit dem What's Modus. Bam. Flatsch. Komm. So gefällt es mir. So und nicht anders. Aber wieso Vorsicht? Gibt es da hinten noch was? Oh, ja. Oh, offenbar geht es hier doch weiter. Ja, frisst das. Uh. Stimmt. Bei Kopfschüssen bekomme ich immer gutes Karma. Weil ich schnell und schmerzlos bin. Gibt es ja noch was? Immer nachschauen. Das ist voll laut. Hier gibt es immer irgendwas verstecktes. Hm. Wo kommen wir hier wohl hin? Ich kenne die Map leider nicht mehr so gut. Ist auch schon ein Weilchen her, dass ich das letzte Mal richtig mal intensiv Fallout 3 gespielt habe. Aber es sind sicher zwei, drei Jahre. Meine Güte, ist das lange her, dass es halt voll laut draußen ist. Die Zeit, die letzten sieben Jahre sind so schnell rumgegangen. Seit ich die PS auch hatte. JV Chase East. Kann das sein, dass es hier ist bei der... Ja, das ist einfach der Weg, der andersrum führt. Hier kommen wir zurück zu Galaxy News. Alles klar. Na gut, dann gehen wir wieder rein. Jetzt haben wir da die Ausfahrt verpasst. Ich hoffe, da gibt es nicht noch Loot irgendwo. Ne, sieht nicht danach aus. Gut, dann wieder zurück. So, aber der Tunnel ging auch noch in eine andere Richtung. Der Tunnel. Aber hier ist alles eingestürzt. Und ich habe letztendlich wirklich... Ich war ja noch nie in Washington oder so. Und ich habe letztendlich wirklich ein Foto gesehen von der Washingtoner Metro. Und die sieht tatsächlich so aus. Mit diesen großen Bögen, mit diesen... Genau, mit diesen Formen, mit diesen Ornamenten. Genau so sieht die Metro aus. Sehr krass. Beeindruckend. Dass sie das wirklich authentisch versucht haben nachzustellen. Ah, zu dem Mail-Outpost. Also ich muss hier durch. Ich bin, glaube ich, sogar sehr richtig. Hier. Ah, ich frage mich, was da vorne wieder für Viecher sind. Sieht irgendwie nach Raider aus, so wie es da oben aussieht. Überall Leichen. Wir werden es gleich erfahren. Und was ist denn das? Ein Raider. Aber ein Toter. Und was bedeutet ein Toter Raider? Ja, dass da oben keine Raider sind, sondern irgendwas anderes, was uns gar nicht gefallen wird. Mal sehen. Ob ich da was ausrichten kann. Ein Ghoul. Mist. So muss es sein. Hallo. Andere Waffen. Stimmt, die habe ich nicht ausgerüstet da vorne. Ist nämlich schon der Nächste. Hat mich noch nicht ganz entdeckt. Aber ich ihn. Und dafür muss er sterben. Ja, ja, die Musik kommt. Die Angriffslustik-Musik ist auch schon da. Ignorieren wir mal. Kleinkalibergewehr. Das ist auch neu. Und ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Wenn ich da rausgehe, komme ich nach River City. Kann das sein? Und hier unten? Nee. Wo bin ich hier? Und was ist das da oben? Komm. Ah, kletter. Hier gibt es keine unsichtbaren Wände wie in New Vegas. Ach, schade. Dann, äh, ich gehe mal hier entlang. Ich weiß gar nicht, wo wir hinkommen mit dieser Bahn. Aber es sieht so aus, als würde hier der Tunnel enden. Ah, ich glaube, ich weiß, wo. Der Vernon Square. Genau. Oh, da gibt es auch sehr viele Super-Mutanten. Ich will nur noch den Ort entdecken. Das wäre noch vom Vorteil. Uh. Vernon Square. Und wieder Tschüss. Bevor sie kommen. Offenbar hat mich schon einer bemerkt. Aber nix wie weg von hier. Die Frage ist nur, wo komme ich bei dieser Metrostation an? Wenn ich da oben rausgehe. Hm. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Probieren wir gleich beide Seiten aus. Also, zuerst gehen wir hier mal nach links. Ah, überall Raider-Zeugs. Hm. Ah, Food-Automat. Immer praktisch da. Meistens ist da Mentats drin. Und immer was zu essen. Ah, hier ist auch Vernon Square. Und Tschüss. Und auf der anderen Seite wird vielleicht auch Vernon Square sein. Das sehen wir uns nochmal gleich an. Und wenn das so ist, dann, äh, muss ich zurück. Dann habe ich hier nix verloren. Denn es ist etwas zu früh hier beim Vernon Square rumzulungern. Obwohl ich könnte schon, aber... Ich will mal nach River City oder eben zum Museum für alte Technologie. Jetzt habe ich... Jetzt habe ich es nicht gelesen. Du Pont-Circle. Ah. Huch. Jetzt hätte ich fast niesen müssen. Typos-Circle. Da ist der Kreisel. Der Kreisverkehr. So weg hier. Und ich gehe zurück. Weil ich glaube, wir müssen durch einen Autotunnel. Einen Straßentunnel für Fahrzeuge. Und das war da, wo diese Gule standen. Oder wo der eine mit mich angefangen hat zu... Verfolgen. Trololololo. Trolololo. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt die Orte entdeckt und können dann dahin reisen. Dann müssen wir nicht mehr durch diese Metro durch. Wird nicht mehr nötig sein. Und raus hier. gut to know also wohl oder übel müssen wir da runter und hier gezählt das munition of 56 sehr gut sehr gut wird es mir wieder flecken 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 und chinesische pistole hier fett man ja die muss ich jetzt nicht benutzen eigentlich sollte ich die verstauen irgendwo granaten auch ja sehr gut so aufbereitetes wasser blutpaket alles mitnehmen hat mich denn da jemand entdeckt ne gott ist das gewehr geil hatte ich ganz vergessen wie cool das chinesische stummgewehr war weil bei new vegas hat man nie so gute waffen gehabt am anfang mist oh nice ich glaube der bus wird in luft fliegen oder oh ja da fliegt in luft hallo ich hab's irgendwie mit atomexplosionen nochmal von vorne hallo hallo ich würde gerne telefonieren hallo so sammeln wir das zeug wieder ein so voila den schießen wir jetzt so ab und jetzt mach ich mal einfach den hier what the fuck oh shit das ging ätter wow ich muss aufpassen möglichst weit weg der wird gleich nächstens auch in die luft fliegen immer schön abstand halten und die waffen nochmal ausrüsten und chinese pistol chinese pistol mach ich hier hin granaten gehören hier hin so gut speichern ah musik weg ne musik drauf ich glaub die ghule leben nicht mehr nee kann man da oben auch durch irgendwie ich versuch mal da rauf zu springen komm schon geht nicht ne hmm hmm komm gucken hmm hmm das hab ich ja noch nie gehört die geräusche ja der tunnel der tunnel vorsichtig ja da gibt's wahrscheinlich auch einige ghule coole ghule da 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 hier das bruderschaftszeichen das heißt wir sind auf einem guten weg mail out post typo circle station ich höre überall wasser ist so komisch wieso höre ich überall ist die ist die metro hier überflutet ja 556 super metro ticket da ja nehmen wir mal mit machen wir eine metro ticket sammeln sammlung sammlung so hack mir das terminal ich sage es ist skin schön so gut so gut wie schön activate metro production äh protection hallo sprich mit mir ich schütze und diene startpfeile immer gut die brauchen wir als munition für die pfeilpistole aber es sieht stark danach aus dass als dass wir sie bauen könnten das war etwas überraschend zeit zu sterben sehr gut wie er stirbt schneller also die munition weg von wo taucht ihr auf lasst mich in ruhe komm schon ja nein schon und du zum glück ist er beschäftigt danke Oh, mit der Munition. Ein Revolver hab ich auch abgelegt, aus Versehen. Protectron, dein treuer Helfer in der Not. Ach du Scheiße. Das war schon etwas überraschend, muss ich schon sagen. So. Oh, Mist. Ich schrecke jedes Mal von neuem Scheiße. So, während ich hier diesen Raider plattmache oder weglocke. Bleib da drin. Drecks Teil. Würde ich sagen, ich beende diese Folge. Und wir sehen uns in der nächsten hier bei Fallouter Tales of Two Wastelands. Bis zum nächsten Mal und tschüss.